Schiller die schiffen Dosen Schiller die schiffen Schiller die schiffen Warte mal eben Da kommt was angerannt Ich bin hinter dir, okay Hier links Ah, ich hab da hinten am Ende des Gangs auch einer Hab ich grade gesehen Da hinten am Ende des Gangs hat einer Der ist am, der, geh weiter Der ist im langen Gang Hier ist schon ein Scav Der muss jetzt sehen! Ich brauch den Skeps. Ich brauch den auch. Nee, ich hab ne Quest Skeps mit nem Replika-Gewehr wegballert. Ja, und ich muss auch Skeps töten. Du hast auch ne Quest, wo du Skeps töten musst. Jo, hast du tatsächlich. Na ja klar, die Standard-Chef im Steck oder so. Ja, ja, ja. Der ist hier runtergerannt. In den Bunkerhahn? Ja, das ist scheiße. Keine Granate mit? Boah, der Magnet ist ja rausgeschossen. Ich hoffe, du hast mich nicht erschossen. Von hinten wurde ich erschossen. Von hinten? Ja. Nee, das war der Skeps, der kam noch da rausgelaufen. Ja, aber von dem wurde ich nicht getötet. Warte, ich schieße ihn noch ab. Wo ist der? Keine Ahnung, ich bin da rausgelaufen. Ja, ich weiß auch. Boah, ich hab noch mal platt geschossen. Ich hab'n platt geklecht. Ja, schön. Dabei, dabei, dabei! Ja, ja, jetzt hör ich den anderen Typen. Jetzt hab' ich keine Munition mehr. Junge, ich muss weg. Ich muss weg, Digger. Warum hast du so wenig Muni mit, Alter? Da reg' ich mich wieder auf. Ja, weil du der Fighter bist. Ich bin nur der Boy, der hinterher läuft. Ja, nee, nimm Muni mit, Alter. Scheiße, da kommt der Spieler. Im Messer. Haha, komm her, Junge. Guck mal. Glaubst du nicht? Nee, schab' ich auch nicht. Ich hab' mich hingelegt. Oh, scheiße, er hat mich gesehen. Ja, hat's in Muni mit. Auf die Infernung, auf die Infernung könnte ich den nicht abschießen. Hier oben ist der, der PMC-Camp. Wir sind hier schon zwei, dreimal gestorben, weißt du? Ja. Wir sind immer Gegner meistens, deswegen. Ja, weil hier guter Loot ist. Ja, ja. Ja, und von mir aus Loot hier die Einladung. Bist du reingegangen ins Camp? Ja, natürlich. Alles klar. Das ist meine Quest. Naja, ich hab' gedacht, das wär' ein Spieler. Er dringt mich jetzt nicht auf die Infernung. Ich bin auch im Camp drin, ne? Ich hab' meinen Rucksack auch nicht mit, weil ich keinen brauchte, stimmt. Ja? Ja, ich bin aber auch nicht auf den Rücken. Ja, aber ich auch nicht. Ja, aber ich auch nicht. Kack, Attachment, richtig was wert. Leer. Hier. Ey, den brauch ich für ne Quest. Ja, dann nimm den durch. Nein, ich hab' ihn weggeschmissen. Boah, ich konnte ihn auch kriegen. Pass auf, ich gehör' vielleicht drüber. Wie gesagt, die ist sau gefährlich. Hier liegt Essen, falls du brauchst. Kann das sein, dass ich kein Essen hab? Kann das sein, dass ich kein Essen hab? Ich hab' Durst, Alter, seh' ich grade. Scheiße, deswegen... Boah, was? Du drehst du schon? Ja. Komm mit. Komm mit. Ich hör' mal ne Watt, vorne sind Gegner, versteck dich. Die kommen jetzt hier links um die Ecke. Einer liegt schon im Busch, der hat's gesehen. Hab' ihn geschossen. Ich bin schon weg, ich bin draußen. Ich bin auf der anderen Seite. Wo du... Wo du das Tarnnetz hieß und die Lampe, die er auf diesen Sandsäcken sieht. Ja, ich weiß nicht, wo der genau ist. Ja, ja, ich wollt nur sagen, damit du weißt, was ich sehe. Das ist aber richtig. Der rennt da irgendwo rum. Ich glaub', ich hab' seinen Kollegen auch erwischt. Ich hab' den, glaub' ich, getötet. Oh, ich seh' da jemanden. Ich seh' da jemanden. Ich seh' da jemanden. Ich seh' da jemanden. Ich bin alt. Einmal angeschossen. Das sind zwei, glaub' ich. Oh, die haben mich angeschossen. Boah, weg bin ich, Alter. Ich war im Busch gewesen. Ja, ich war im Busch gewesen. Die haben mich getroffen. Krass. Ein anderer Spieler bei dem Stash hier. Leck mich doch, Alter. They are the best. Ah, mein oh, mein oh. Der Stash leer ist. Wie da ruhig ist es. Ah, ich hab eine Tasche gefunden. Das ist das Lagerfeuer, wo kein Licht ist. Oh, das ist eine Dicke. Batteriedringer, alter! Ich kann... Ich kann die nicht mitnehmen, Digga. Die musst du mitnehmen. Ah, warte mal. Gut, dass du das nochmal was sagst. Ich kann ja umbauen. MacGyver hat nicht gedacht. Ja. MacGyver hat nicht überlegt. Dass du soweit nicht gedacht hast, hehehe. Aber jetzt ist sie drin. Alles klar. Ready. Ich hab sie drin. Ich hau ab. Ich hab die Salveba und die Batterie. Ah, nicht verkaufen, ne? Die brauchst du noch. Die Batterie nicht verkaufen, okay. Geiler Sternenhimmel, alter. Der sieht schon krass aus. Wird schon raus? Ne, noch nicht. Ich bin, äh, kurz davor. Ich bin gerade an der Straße, an der Kurve, wo die LKWs sind. Hey. Hast du geschossen? Ja? Ja, ja, hab ich gehört. Kleine Motherfucker. Geh raus. Ja, siehste? Ich geh raus. Ja, ja, geh mal raus. Bevor ich dich da schieße. Ah! So leid ich. BAM! Mit meinem Sniper. Den, 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 den. BAM! 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 BAM!